Die Geschichte der USA umfasst eine Reihe von Konflikten, die das Land letztendlich zur größten Militärmacht der Welt gemacht haben und die auch die globale geopolitische Landschaft geprägt haben. Vom Unabhängigkeitskrieg, in dem die Vereinigten Staaten als souveräner Staat gegründet wurden, bis hin zu den heutigen militärischen Interventionen in Regionen wie dem Nahen Osten und Afghanistan, ist der militärische Fußabdruck der USA eine konstante in der Weltgeschichte. Im heutigen Video geht es um alle Kriege, an denen die USA in ihrer langen Militärgeschichte je beteiligt waren. Die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden durch ihren ersten Krieg, den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, auch bekannt als amerikanische Revolution zwischen 1775 und 1738. Dieser Konflikt veranlasste die 13 Kolonien in Nordamerika, ihre Unabhängigkeit vom britischen Empire zu erlangen. Ursprünglich begann diese revolutionäre Bewegung als Streit über das Recht der amerikanischen Kolonisten, sich selbst zu regieren und sich gegen die britische Steuerpolitik zu wehren. Die bewaffneten Auseinandersetzungen begannen mit den Schlachten von Lexington und Concord im April 1775. Der zweite Kontinentalkongress reagierte mit der Aufstellung der Kontinentalarmee, die von George Washington angeführt wurde. Am 4. Juli 1776 verabschiedete der Kongress die Unabhängigkeitserklärung, die hauptsächlich von Thomas Jefferson verfasst worden war und in der die Souveränität der Kolonien verkündet wurde. Der Konflikt war eine lange und schwierige Angelegenheit für die amerikanischen Streitkräfte, die sich der mächtigen britischen Armee und hessischen Söldern gegenüber sahen, wobei wichtige Schlachten wie Saratoga einen entscheidenden Wendepunkt im Krieg darstellten. Die Kapitulation des britischen Generals John Bourgogne überzeugte Frankreich davon, dass die Amerikaner eine reelle Chance auf den Sieg hatten und veranlasste es, auf der Seite der Kolonien in den Krieg einzutreten. Die französische Unterstützung war für die amerikanischen Kriegsanstrengungen entscheidend. Nach dem amerikanischen Sieg bei Saratoga war die französische Hilfe entscheidend, denn sie leistete wichtige militärische und maritime Unterstützung. Die Schlacht von Yorktown war die letzte und entscheidende Schlacht des Krieges. Die Belagerung von Yorktown, bei der die französischen und amerikanischen Streitkräfte zusammenarbeiteten, führte zur Kapitulation des britischen Generals Lord Cornwallis. Der Sieg bei Yorktown setzte den Feindseligkeiten ein Ende. Der Konflikt endete 1783 mit dem Vertrag von Paris, in dem die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten offiziell anerkannt wurde. Dies beeinflusste andere Unabhängigkeitskampagnen auf der ganzen Welt. Die amerikanischen Indianerkriege umfassen mehrere Konflikte zwischen indianischen Völkern. Diese Auseinandersetzungen zeichneten sich durch eine Reihe von Schlachten, Feldzügen und Massakern aus, die häufig zur Zwangsumsiedlung der Indianerstämme aus ihrem angestammten Land führten. Politische Maßnahmen, wie die Doktrin der offensichtlichen Bestimmung, die den Glauben der Vereinigten Staaten an eine unvermeidliche und gerechtfertigte territoriale Expansion förderte, verschärften die Spannungen. Die Vereinigten Staaten gerieten mit mehreren indigenen Völkern einander, darunter Stämme wie die Chiruki, Sioux, Comanche, Apachen, Navajos und viele mehr. Jeder dieser Stämme hatte seine eigene Kultur, sein eigenes Territorium und seine eigenen Erfahrungen mit den Kolonisatoren. Das Ausmaß und die Intensität der Auseinandersetzungen reichen von kleinen Scharmützeln bis hin zu langwierigen Kriegen. Zu den bekanntesten gehören der Black Hawk Krieg, die Seminolenkriege, der Siouxkrieg von 1862 und die Schlacht am Little Bighorn. Die meisten dieser Kriege endeten mit Vereinbarungen, die für die indigenen Völker selten von Vorteil waren und oft zu ihrer Zwangsumsiedlung in Reservate führten. Die Folgen dieser Kriege waren für die indianischen Völker verheerend und führten zu erheblichen Verlusten an Leben, Land und Kultur. Hinzu kam, dass die Expansion der USA weiterhin Druck auf das Land der Ureinwohner ausübte, was zu noch mehr Konflikten und Vertreibungen führte. Der Krieg von 1812, auch bekannt als der zweite Unabhängigkeitskrieg der Vereinigten Staaten zwischen den Vereinigten Staaten und dem britischen Empire, dauerte von 1812 bis 1815. Zu den wichtigsten Auslösern des Krieges gehörten die britischen Handelsbeschränkungen, die im Rahmen der Seeblockade gegen Frankreich während der Napoleonischen Kriege durchgesetzt wurden, sowie die britische Praxis des Impressment, bei der amerikanische Seeleute gefangen genommen und in den Dienst der Royal Navy gezwungen wurden. Außerdem gab es Spannungen wegen der amerikanischen Expansion nach Westen und der britischen Unterstützung für die indianischen Stämme, die sich der Ausbreitung widersetzten. Der Ausbruch des Krieges war für die Vereinigten Staaten eine militärische Herausforderung, denn sie mussten mehrere Niederlagen bei dem Versuch hinnehmen, in Kanada, damals eine britische Kolonie, einzumarschieren. Auf See waren die Vereinigten Staaten zahlenmäßig unterlegen und erzielten einige bemerkenswerte Erfolge, wie den Sieg der USS Constitution über die HMS Gouillard. Der Konflikt erlebte bedeutende Momente, wie die Schlacht von Baltimore und die Schlacht von New Orleans, in der die amerikanischen Streitkräfte unter der Führung von Andrew Jackson im Januar 1815 einen entscheidenden Sieg errangen. Der Friedensvertrag stellte größtenteils die Bedingungen der Vorkriegszeit wieder her und löste viele der grundlegenden Probleme, die zu dem Konflikt geführt hatten, nicht. Der Krieg hat jedoch den amerikanischen Nationalismus gestärkt. Nachdem die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit erlangt und nach Westen expandiert hatten, gerieten sie mit Mexiko aneinander. Der mexikanisch-amerikanische Krieg von 1846 bis 1848 wurde durch territoriale Streitigkeiten ausgelöst und war ein entscheidender Punkt für die territoriale Expansion der Vereinigten Staaten im Rahmen der Manifest Destiny Doktrin. Dieser Konflikt entzündete sich an der Annexion von Texas durch die USA im Jahr 1845. Texas war 1836 von Mexiko unabhängig geworden, wurde aber von Mexiko nie in die Unabhängigkeit entlassen und galt als rebellische Provinz. Als die Vereinigten Staaten Texas annektierten, flammten territoriale Streitigkeiten zwischen Texas und Mexiko auf. US-Präsident James K. Polk, ein Befürworter der territorialen Expansion, schickte Truppen in das umstrittene Gebiet, was zu kämpfen führte, die den Krieg auslösten. Der Streit wurde von mehreren großen Schlachten überschattet, wie den Schlachten von Palo Alto, Monterrey und Buena Vista in Nordmexiko und Winfield Scotts dramatischem Feldzug, der mit der Einnahme von Mexiko-Stadt endete. Der Vertrag von Guadalupe Hidalgo von 1848 beendete den Krieg offiziell. Mit diesem Abkommen trat Mexiko einen großen Teil seines Territoriums an die Vereinigten Staaten ab. Darunter die heutigen Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Utah, den größten Teil von Arizona, Teile von New Mexico, Colorado und Wyoming. Der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 wurde zu einer der wichtigsten und umwälzendsten Episoden in der Geschichte der USA. Ja, diese blutige Auseinandersetzung wurde vor allem wegen Meinungsverschiedenheiten über die Sklaverei und die Rechte der Bundesstaaten geführt. Abraham Lincoln wurde 1860 mit einem Programm zum Präsidenten gewählt, das sich gegen die Ausdehnung der Sklaverei auf neue amerikanische Gebiete aussprach. Elf Südstaaten, deren Wirtschaft stark von der Sklaverei abhängig war, trennten sich von der Union und gründeten die konföderierten Staaten von Amerika unter der Führung von Jefferson Davis. Der Konflikt begann im April 1861, als konföderierte Truppen, Fort Sumter in South Carolina, einen Posten der Union angriffen. Dieser Überfall läutete den Beginn eines vierjährigen blutigen Konflikts ein. Er wurde an vielen Fronten ausgetragen, von Virginia über Tennessee bis nach Mississippi. Die Union, die von den industriellen und bevölkerungsreichen Nordstaaten unterstützt wurde, verfolgte über erhebliche Ressourcen und Arbeitskräfte. Die Konföderation der Südstaaten mit ihrer sklavenbasierten Agrarwirtschaft hatte mit den Nachteilen einer geringen industriellen Infrastruktur und eines weniger gut ausgebauten Eisenbahnnetzes zu kämpfen. Zu den wichtigsten Schlachten gehörten Antitam, Vicksburg und vor allem Gettysburg, das den Wendepunkt des Krieges darstellte. 1863 erließ Lincoln die Emanzipationsproklamation, die die Freiheit der Sklaven in den rebellischen Staaten verkündete und den moralischen Charakter des Krieges auf den Kopf stellte. Er endete, als der konföderierte General Robert E. Lee im April 1865 in Apomattox-Kurthaus kapitulierte. Lincoln wurde kurz darauf ermordet. Ein tragischer Schlusspunkt des Konflikts. Die Folgen des Bürgerkriegs waren tiefgreifend. Die Sklaverei wurde mit dem 13. Zusatzartikel abgeschafft und der gesamte Verlauf der amerikanischen Geschichte wurde für immer verändert. Der Krieg forderte außerdem rund 620.000 Menschenleben und war damit der tödlichste Konflikt in der Geschichte der USA. In der Zeit nach dem Krieg, der sogenannten Reconstruction, wurde versucht, die Südstaaten wieder in die Union einzugliedern und die Bürgerrechte für die befreiten Menschen einzuführen, obwohl viele dieser Errungenschaften in den folgenden Jahrzehnten wieder rückgängig gemacht wurden. Der Spanisch-Amerikanische Krieg war ein kurzfristiger, aber großer Konflikt in der Karibik und Asien im Jahr 1898, in dem die Vereinigten Staaten und das Spanische Reich aufeinandertrafen. Ausgangspunkt des Krieges war die Unabhängigkeit Kubas, damals eine spanische Kolonie. Die Kubanerinnen und Kubaner kämpften schon seit Jahren für ihre Unabhängigkeit und ihr Kampf stießen den Vereinigten Staaten auf Sympathie. Die Unterstützung der USA für den kubanischen Kampf wurde durch einen intensiven Sensationsjournalismus genährt, der die Ereignisse übertrieben darstellte, um die öffentliche Meinung gegen Spanien aufzuwiegeln. Der Auslöser des Konflikts war die Mysteriöser-Explosion der USS Maine in Havanna im Februar 1898. Obwohl die genaue Ursache des Unfalls nie geklärt wurde, machten die amerikanischen Presse und die öffentliche Meinung eine spanische Mine dafür verantwortlich. Der Aufschrei veranlasste Präsident William McKinley nachzugeben und Spanien den Krieg zu erklären. Mit einer Dauer von nur etwa vier Monaten war er bemerkenswert kurz. Die amerikanischen Streitkräfte errangen schnelle Siege mit wichtigen Aktionen im Pazifik, wie der Schlacht von Manila Bay auf den Philippinen und in der Karibik. Insbesondere in Santiago de Cuba. Der Vertrag von Paris, der im Dezember 1898 geschlossen wurde, besiegelte den Krieg. Spanien verzichtete auf alle Rechte an Kuba und übergab Guam, Puerto Rico und die Philippinen an die Vereinigten Staaten. Mit dem Erwerb dieser Gebiete übten die Vereinigten Staaten zum ersten Mal eine bedeutende koloniale Kontrolle außerhalb des nordamerikanischen Kontinents aus. Der spanisch-amerikanische Krieg hatte erhebliche Auswirkungen. Für die Vereinigten Staaten war er ein Meilenstein auf ihrem Weg zu einer imperialen Macht. Und für Spanien symbolisierte er das Ende seines Imperiums. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken und uns zu abonnieren, damit du den zweiten Teil dieser Serie nicht verpasst. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018